Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Mal von HEXIT Ich schaue dir wieder auf uns immer noch mal wieder Ich nehme den Anschluss wieder auf Und äh ja Ich suche immer noch ein paar Wurzerskalen Ach lange dauert, ey, das kann wirklich lange dauern Wow Krass, du spielst Sonst will die Pikmeln Die sieht echt scheiße aus, der Lava so Hab ich das nicht so umgebaut? Ja, ne? Tja, das ist echt scheiße Ich werde nichts finden Keine Wurzerskalen für mich Wow Leu Leu Yo Alles klar, lass ihn gar was Leu Keine Wurzerskalen Alles klar Keine Wurzerskalen Nope Nichts da, hier Der sieht blühen und er kommt direkt auf einer Der Kalidat hier Ja Ja Sehr schön Jetzt hab ich noch einen krassen Loot aus Wow, da sind sie zwei Leute, Leute, Leute Ich hab die Kulti-Bowren-Wheels-Kleppen Das ist geil 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 Krasser Loot 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 Und krasser natürlich groß geschrieben Oh Mann Oh Mann Welche denn? Weißer Skritten oder Sonst kann ich nicht nur die Kulti-Bowl Fragt sich nur, wie viel ich davon brauche Und diesen Bows Weißer gar nicht aus dem Kopf heraus Naja Freutereg auch mal, sonst röst die Wand sperren Das ist aber gut je Da ist ein клиpper Ich muss nochmal mit zu klassen 5 Minuten ist ok Wir hoffen im Zeit, glaub ich Kein zu lang Hau Mann Da wäre noch Ja Kaul es gibt auch Zeit, dass ich meinen Dienstag eine Folge für Freitag weiter aufnehme ich bin so oft, dass ich so weiter bevor ausnehme ich weiß, ich habe die Folge am Deutschland aufgenommen ich habe gesagt, ich habe gesagt, es gibt heute so 10 Uhr gerade 10.37 Grad ich bin mal 2 von direkt schon aufnehmen ganz geil schönere Zeit da, heute Nachmittag so, ich hoffe, wir haben einen Widerskull zu Hause, oder? ich meine, ja ich habe noch einen einzigen Widerskull ja, also, das ist geil, ne? ist das geil und das hat auch nach Hause transportiert ich habe zwar ein Geist schon wieder gewesen, bevor ich die Folge hexet tut mir leid, dass wir jetzt so kurz die Videos kommen zu folgen ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie er besser hat obwohl ich auch echt so viele Videos habe, ne? naja ich weiß nicht, sind wir zu geil ich weiß, wie es hier ja mehr Videos gibt, also noch längere Videos keine Ahnung und hier weiß ich auch, wie es hier 1080p-Videos gibt ich weiß nicht, da war meine Gäste 25p, tut mir leid obwohl er vielleicht auch nicht so was geschlecht ist und so hat jemand upload geht ratzfatz 3 Minuten ich würde sagen, dass das nicht gewesen ist wenn euch die Folge hexet ich euch gefeiert habe, dass ihr die Videos hier habt und ihr habt natürlich nicht vergessen und tschüss